Verlassen Sie endlich diesen Deutschland zerstörenden Irrweg. Gehen Sie auf die Enttäuschten und Verunsicherten zu. Geben Sie ihnen wieder Zuversicht und vor allem eine Gegenleistung für das hart erarbeitete Steuergeld. Und stoppen Sie endlich Ihre Transformationspolitik. Deutsches Bauen statt Klimawahn und Remigration. Dann bleibt auch wieder etwas übrig für bezahlbares Mieten, für Wohneigentum und für die deutschen Bürger. Und wenn Sie Hilfestellung brauchen oder Ideen, dann schauen Sie doch in einen unserer vielzähligen AfD-Anträge einfach mal rein. Vielen lieben Dank. Frau Bassmann, dass Sie sich trauen, nachdem jetzt Hunderttausende Millionen Menschen auf der Straße sind, gegen Ihre faschistischen Pläne der Remigration, das an diesem Ort hier noch mal zu sagen, das erschüttert mich. Wirklich. Das Einzige, was Sie können, ist, dieses Land schlechtzureden. Und im Gegensatz zu Ihnen bin ich momentan jeden Tag auf der Straße und mit Menschen im Gespräch. Und ich kann Ihnen berichten aus den Gesprächen. Und nein, ich möchte keine Zwischenfrage von Ihnen. Ich möchte das nicht hören. Vielen Dank.